Ich bin Barbara Bär, Annett Windlin, Leo Brücker und Julia Trottmann und wir vertreten die Tellspielgesellschaft Altdorf. In regelmäßigen Abständen spielen wir Schillers Wilhelm Tell auf der Bühne in Altdorf im Tellspielhaus. Wir sind ein Laienensemble, jeweils unter professioneller Regie. Und das ist die grosse Chance und die Qualität der Tellspiele in Altdorf, dass wir als Laien-Schauspielerinnen und Schauspieler wirklich zu Höchstleistungen auch trainiert werden. Wir haben schon Spielzeiten gehabt, da waren 100 Leute auf der Bühne. Wir hatten aber auch schon Spielzeiten mit 50 Leuten. Jede Person, die Lust hat, bei den Tellspielen mit dabei zu sein, die hat die Möglichkeit mitzuspielen. Die Herausforderung bei den Tellspielen ist vor allem, dass es eben wirklich Schillertext ist, hochdeutscher Text ist. Und wir natürlich, ich und die ganze Crew, einen gewissen Anspruch haben, dass diese Sprache auch passt. Ja, die Tellspielgesellschaft wird im kommenden Jahr 125 Jahre alt. Das ist eine sehr lange Zeit und wir sind überaus glücklich, dass wir es geschafft haben, einen historischen Stoff in die heutige Zeit zu transferieren. Das ist eine sehr lange Zeit.